So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe eine Mission, ich habe das Video von Megascot gesehen. Da wurde ich informiert, dass es wohl bei McDonalds einen Hut gibt. Und den Hut möchte ich mir angeln. Sogar die App, heute ist der 2. Mai, die McDonalds App hat mir selber Bescheid gesagt. Da steht nämlich Hut ab, MC Ramses, mit dem Lipton Bucket Head. Kannst du dich echt sehen lassen. Sicher ihn dir jetzt für 400 Punkte. So, dann habe ich gedacht, Pupsi hat ja auch so eine App. Die löst einfach ein für einen Hut. Ich löse einen für einen Hut. Dann haben wir zwei Hüte. Ob wir dann einen verlosen werden irgendwann, weil der vielleicht dann selten ist und richtig cool, wer an dem Tag das verpasst hat. Oder ob wir den dann immer für Bier-Tastings nehmen, wenn Hannes da ist oder der Fahrer. Man sagt, jeder setzt sich immer so einen Hut auf. Das sehen wir dann. Wir sind also gleich auf dem Weg zu McDonalds und gucken, dass wir so einen 400 Bucket Lipton McDonalds Eistee Hut bekommen und wie der dann aussieht. Da kann ich nämlich die Mütze abnehmen. So, wir waren jetzt bei McDonalds und wir hatten Glück. Die Hüte gab es noch. Ich habe jetzt 400 Punkte eingelöst. Pupsi hat auch 400 Punkte eingelöst. Guckt euch das mal an. Pupsi will mal den Hut aufsetzen. Das ist der Hut. Mensch, das sieht ja richtig fröhlich aus, sage ich dir. Will ich jetzt auch mal aufsetzen. Tu ich mal meine Mütze weg. Oder kannst du mir mal den Hut aufsetzen? Ich habe ja nur einen Arm. Das geht ja sonst nicht. Ja, aber wieso ist denn da einer so? Wie? Was ist denn mit Weih? So, das ist jetzt der McDonalds Lipton Eistee Hut und den müssen wir jetzt immer aufsetzen am Montag bei Chill mit Ramses, sobald wir ein Magus God Video gucken. Weil wir zwei haben, vielleicht können wir sogar noch, wenn wir Bier-Tastings machen, sagen, der Tester und der Gast müssen jetzt jeweils sowas aufsetzen. Jetzt sieht es, das könnt ihr noch erweitern zur Feuerwehrmann und ansonsten habt ihr euch so einen Lipton Eistee Hut geholt. Dann schreibt es mal in die Kommentare, wie findet ihr das Design? Steht mir das oder auch nicht? Sieht ein bisschen komisch aus. Mach mal einfach so und dann wird es noch genialer. So, bis zum nächsten Mal. Peace out for out. Willst du noch mal die Deckel filmen, die die jetzt meinten? Was? Die Pappdeckel. Das sind doch jetzt diese Pappdeckel, die es da nur noch gibt. Warte, ist da mit? Naja, die kannst du dann so eindrücken. Nee, da musst du es so machen, ne? Zack, und dann kannst du trinken und dann ist gut. In die Kuschenei. Das haben wir auch gestern gehabt. Ist doch egal, ob es Strohhalme gibt oder nicht. Deckel ab und das ganze Getränk reingeschossen. So reicht das. Grüße an den Megascott. Zeig mir deinen Hut. Du siehst meinen Hut. Zeig mir deinen Hut. Ab jetzt wird immer zusammen gehütet. Bis zum nächsten Mal. Peace out for out. Euer Ramses.